Ja, wer heute Zeitungen liest, ich denke, das gilt für alle von uns, oder Nachrichten schaut, kann sich des Eindrucks ja kaum erwehren, dass die Welt aus den Fugen gerät. Krisen, immer wieder neue Krisen, wir haben keine Antworten, laufenden Krisen hinterher. Ukraine, Middle East, ISIS, Zentralafrikanische Republik, auch Fernost. Und die UNO läuft hinterher, das ist doch so ein Eindruck, gegen den man sich kaum wehren kann. Läuft hinterher, wirkt hilflos, manchmal sogar ziellos, kommt zu spät und veröffentlicht immer wieder ähnlich klingende Appelle, die ernst zu nehmen, dann auch mit der Zeit immer schwerer fällt. Also wir alle, ja letztlich die Weltgemeinschaft scheint überfordert zu sein, in mancher Hinsicht. Nicht zuletzt auch aufgrund einer Flüchtlingskrise, 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Dass wir übrigens von Flüchtlingskrise reden, ist erst der Fall, seit ein Teil davon auch in Europa ankommt. Wir haben zum Beispiel überhaupt nicht mitgekriegt, dass ungefähr 20 Millionen Menschen in den letzten 20, 30 Jahren aus Bangladesch abgewandert sind. 20 Millionen Hindus geflohen aus Bangladesch, hat keiner von uns mitgekriegt. Also so ein bisschen sind manchmal Wahrnehmungen auch eng. Ja, Menschenrechte, auch da das Gefühl, wir stecken in der Defensive, wir stecken in der Krise. Die Lage wird schwieriger, ich nenne nur drei zufällige, drei zufällig herausgenommene Länder, Russland, China, Saudi-Arabien, alle seit Jahren notorische Menschenrechtsverletzte, aber in all diesen drei Staaten wird es immer heftiger, immer schlimmer, scheinbar hoffnungsloser. Und nochmal eins draufgesetzt, diese drei Staaten, die ich jetzt in der Tat eher zufällig rausgepickt habe, Russland, China, Saudi-Arabien, sind oder waren in der Herzkammer der UNO-Menschenrechtspolitik, nämlich im Menschenrechtsrat. Was jetzt für die UNO nicht nur Effizienzprobleme und Fragen aufwirft, sondern außerdem noch ein enormes Glaubwürdigkeitsproblem mit sich bringt. Das ist Anlass für sarkastische Kommentare. Ich teile manchen Sarkasmus, was die UNO angeht, aber es ist wichtig, dass der Sarkasmus dann nicht in Zynismus abgleitet. Wer sarkastisch ist, leidet unter enttäuschten Hoffnungen. Wer zynisch ist, hat alle Hoffnungen fahren lassen. Das von Skeptikern gezeichnete Bild der UNO, auch der UNO-Menschenrechtspolitik ist nicht falsch. Es ist allerdings unvollständig und deshalb sollten andere Aspekte auch zu Wort kommen. Ja, die UNO war schon immer ein besonders schwieriges Feld, ein schwieriges Spielfeld in diesem Fall. Und ich will das mal in ein paradoxes Bild kleiden. Einmal ist die UNO die Bühne der Welt und zum anderen ist die UNO ein Stück, was auf dieser Bühne der Welt aufgeführt wird. Na, das Bild passt nicht richtig zusammen, das ist in sich widersprüchlich, aber genau darum finde ich es auch treffend. Die Bühne der Welt, das heißt zunächst einmal, alle Konflikte, historischen Traumata, Heucheleien, viele Krokodilstränen, alte Kumpaneien, neue Bündnisse, neue Spaltungslinien, All das ist unmittelbar präsent, natürlich auch präsent ist dann der Versuch damit irgendwie umzugehen, mehr oder weniger erfolgreich, oft auch nur ad hoc. All das ist präsent. Also die Bühne der Welt, schwieriges Feld. Zugleich steht aber die UNO auch für ein Stück, das auf dieser Bühne aufgeführt wird. Also ein programmatisches Stück und auf diesem, im Titel dieses Stückes steht dann unter anderem auch Menschenrechte. Ja, und dieses Stück könnte nirgendwo anders aufgeführt werden, als nur auf dieser Bühne eben. Nur auf dieser manchmal grell ausgeleuchteten Bühne, aber auch mit vielen Illusionseffekten und doppeltem Boden. Ohne die Bühne der Welt könnte man dieses Stück dann auch ganz und gar vergessen. Und die Konsequenz will ich eben bei aller Kritik, bei aller berechtigten Kritik in der UNO nicht gezogen sehen. Es gibt eben auch viel echtes Engagement bei Staaten, auch bei vielen Diplomaten. Es ist ja nicht so, dass sie alle nur im Zirkus der Eitelkeiten bei Cocktail-Empfängen mitmachen. Da gibt es echtes Engagement. Natürlich auch bei NGOs. Und die UNO ist nicht nur die Welt der Staaten, sie ist genauso auch die Welt der zivilgesellschaftlichen Organisationen. Nirgendwo findet man so viel Präsenz von NGOs wie in New York und in Genf. Und wenn es um die Menschenrechte geht, dann natürlich vor allem in Genf. Genf ist die wichtigere UNO-Stadt für die Menschenrechte. Im Grunde auch die nicht erklärte Hauptstadt der Menschenrechte. Also in diesem Stück, was auf der merkwürdigen Bühne der Welt aufgeführt wird, geht es unter anderem um Menschenrechte, um ein Versprechen der Weltgemeinschaft, das nicht eingelöst ist, das aber auch nicht völlig leer geblieben ist, sondern irgendwo hängen geblieben ist. Also wir stecken sozusagen auf einem langen Weg irgendwo mittendrin. Der Anfang dieses Weges, oder am Anfang dieses Weges, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, anscheinend hier auch in den Tagungsunterlagen präsent, in Nürnberg sowieso präsent, in der Straße der Menschenrechte wurde eben schon angesprochen, von Frau Glöckel zu besichtigen, die 30 Artikel. Ja, das Mutterdokument des internationalen Menschenrechtsschutzes 1948 verabschiedet. Am 10. Dezember, seitdem ist das der Tag der Menschenrechte international. 10. Dezember 1948. Und in diesem Dokument, Sie können es durchblättern, das ist auch ganz gut lesbar, da finden Sie zum ersten Mal wirklich aufgefächert den Gesamtanspruch der Menschenrechte, jedenfalls in den Grundzügen, die verschiedenen Rechte, bürgerliche Rechte, politische Rechte, wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte. Und ein wichtiger Punkt ist, und das hat Frau Glöckel auch schon gesagt, will ich nur unterstreichen, keine Hierarchien aufbauen dazwischen, hat es immer wieder gegeben, dass dann eine Kategorie der Rechte die richtigen sind und die anderen kommen erst später, das heißt, sie kommen dann de facto nie. Wenn wir erstmal die Hausaufgaben vollständig erfüllt haben müssen, in der einen Kategorie eh die anderen zum Zuge gehen können. Nein, alle diese Menschenrechte sind als integral zu sehen. Bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle. Persönlich mag ich diese Unterteilung gar nicht so sehr, aber sie hat sich so eingebürgert, dass man da gar nicht mehr rauskommt. Also darunter findet man die Meinungsfreiheit, darunter findet man Gewissensfreiheit, Religions-, Weltanschauungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, die verschiedenen Justizgrundrechte, also Fairness im Strafprozess, politische Mitwirkung, aber auch Zugang zu Bildung, und zwar qualitativ angemessener Bildung, Zugang zum Gesundheitswesen, Rechte auf Nahrung, Rechte auf angemessene Unterkunft, all das, ich will das ja nicht vollständig aufführen, also macht das Integral der Menschenrechte aus. Und diese Menschenrechtsartikel sind eben kein Sammelsurium einzelner Rechte, sondern sie haben eine Struktur, eine gemeinsame Struktur und zuallerletzt, oder auch zuallererst, wenn man so will, nämlich in Rückbindung an die Würde des Menschen. Also das ist der erste Satz, können Sie gerne mitlesen, wenn Sie es aufschlagen wollen, in der Präambel. Der allererste Satz in der Präambel, den ich jetzt hier nur unvollständig zitiere, dafür aber auf Englisch, weil es auf Englisch klarer ist, Recognition of the inherent dignity of all members of the human family. So das erste Wort der Menschenrechte ist Recognition, Anerkennung. Und zwar Anerkennung nicht als Geschäft auf Wechselseitigkeit, ich erkenne dich an, sofern du auch mich anerkennst, so ein Geschäft ist es nicht, sondern Recognition, Anerkennung als Grundeinsicht. Als Grundeinsicht nämlich, dass ohne den Respekt vor den Menschen als Verantwortungssubjekt ein vernünftiges Miteinanderleben, Miteinanderhandeln gar nicht denkbar ist. Das ist eine Grundprämisse. Eine Grundprämisse, ohne das ist weder Moral möglich, noch Recht möglich, noch auch Menschenrechte im spezifischen Sinne möglich. Also dieser Charakter der Grundprämisse, der ist festzuhalten. Recognition of the inherent dignity. Inherent dignity, also Menschenwürde, das ist nichts, was der Einzelne erstmal nachzuweisen hätte, sondern das gilt es unverbrüchlich bei jedem Menschen zu sehen, auch wenn es manchmal nicht so einfach fällt. Aber so müssen wir uns als Gesellschaft verstehen, so müssen wir uns als Gesellschaft aufstellen. Menschenwürde und Menschenwürde soll nun in den Menschenrechten, institutionelle Rückendeckung finden. Alle Menschenrechte sind Ausgestaltung des Respekts vor der Menschenwürde. Und dem Menschenwürde zu erkennen, heißt ihn als Subjekt behandeln, das heißt ihm Freiheit zuzuerkennen. Deshalb sind alle Menschenrechte Freiheitsrechte, nicht nur die, bei denen das im Titel steht, wie Gewissensfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Alle Menschenrechte, auch Recht auf Gesundheit, hat was zu tun mit Patientenautonomie. Bildungsrechte sind auch Freiheitsrechte. Alle Menschenrechte haben diesen Anspruch auf freiheitliche Ausgestaltung in Respekt vor der Würde des Menschen. Ja, und es geht dabei nicht nur um meine Freiheit, die Freiheit der Starken, es geht um die Freiheit aller und genauer gesagt die gleiche Freiheit aller. Deshalb ist auch das Prinzip der Gleichheit oder in doppelter Negation das Verbot der Diskriminierung einer der Pfeiler der Menschenrechte. Also jedes Menschenrecht, jedes einzelne Menschenrecht trägt auch in Sicht diesen Anspruch der diskriminierungsfreien Verwirklichung. Das gilt für die Meinungsfreiheit, für die Versammlungsfreiheit, für Bildungsrechte, für Gesundheitsrechte. Was das im Einzelnen bedeutet, muss dann erarbeitet werden. Das muss auch diskutiert werden. Aber im Kern ist es unverbrüchlich. Und das ist sozusagen auch der Anspruch der Menschenrechte. Im Detail kann man über alles reden, klar. Aber im Kern ist es deshalb unverbrüchlich und auch nicht verhandelbar, weil es hier um die Voraussetzungen dafür geht, dass Menschen überhaupt miteinander verhandeln, miteinander reden können. Nämlich diesen fundamentalen Respekt. Wenn man den zerredet, dann zerstört man die Voraussetzungen für das vernünftige Miteinanderreden. Deshalb haben wir hier bei den Menschenrechten, über die diskutiert werden kann und muss und es gibt keine Tabus, dann dennoch einen Anspruch, das Nichtverhandelbare zu Wort zu bringen und institutionell abzustütten. Jedenfalls im Kern. Ist dies ein naiver Idealismus? Ist das irgendeine romantische Vorstellung? Ja, recognition of the inherent dignity of all members of the human family. Human family. Antwort natürlich nicht. Und an keinem Ort ist das so klar wie in Nürnberg. Das haben wir auch gerade schon gehört. In den Eingangsworten. Die allgemeine Erklärung selbst, auch in der Präambel, spricht von Akten der Barbarei. Und damit war nicht nur, aber eben doch vor allem die Akte der Nazis gedacht. Und vieles wurde in Nürnberg inszeniert. Die Aufmärsche, die Rassegesetzgebung zur Reinhaltung von Blut und Ehre, also merkwürdige Mythologie, die da mitschwingt. Und genau das ist auch in der Präambel angesprochen. Barbarous acts, which have outraged the conscience of humankind. Akte der Barbarei. Die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen. Outrage. Also erst in dieser Empörung wird überhaupt so eine Figur einigermaßen plausibel wie Gewissen der Menschheit. Gewissen der Menschheit. Das ist nicht irgendein idealistisches Postulat, sondern das ist sozusagen eine himmelschreiende Notwendigkeit. Ja, die Weltgemeinschaft muss darauf reagieren. Und da sieht man einen Zusammenhang. Die Verbrechen gegen die Menschheit. Crimes against humanity. Im Deutschen oft so ein bisschen niedlich übersetzt. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nein, es sind Menschheitsverbrechen. Crimes against humanity. Und das Conscience of humanity. Das Conscience of humankind. Gewissen der Menschheit. Und der Versuch, einen Neuanfang zu machen, in dem nämlich die Voraussetzungen jedes vernünftigen Miteinanders tatsächlich auch institutionell befestigt zu werden, das gehört innerlich zusammen, ist Antwort auf Krisenerfahrungen, insbesondere eben auf die Krisenerfahrungen Nationalsozialismus, moderner Totalitarismus, Weltkriege, also die Megaverbrechen des 20. Jahrhunderts. Das ist sozusagen die Geburtsstunde der internationalen Menschenrechte. Das heißt, da steht ganz viel Erfahrung dahinter, bittere Erfahrungen, ganz viel Realismus, ganz viel Nüchternheit, aber zugleich eben auch der Auftrag, Zusammenleben zu gestalten. Mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist ein Neuanfang gemacht, auf dem wir mittlerweile auch ein paar Schritte weiter gekommen sind, wenn das auch manchmal so wird, wie die echte nachher Springprozession, so ein bisschen hin und her und manchmal weiß man es nicht so, aber ein paar Schritte weiter. Nämlich auf dem Weg hin zur Transformation des internationalen Rechts zu einem, so könnte man sagen, Weltbürgerrecht. Internationales Recht, im Deutschen sagt man immer gern Völkerrecht. Eigentlich war das lange Zeit eine Lebenslüge. Das war kein Recht der Völker, sondern es war ein Recht der Souveräne. Ist es immer noch zum großen Teil. Also eine Art moralisch relativ anspruchsloses Staatenverkehrsrecht. Unter anderem, da konnte man noch lernen vor 100 Jahren, wie man einen anständigen Krieg erklärt, wie man es sozusagen technisch korrekt macht. Ein reines Staatenverkehrsrecht mit wenig moralischem Anspruch, mit der allgemeinen Erklärung, der Menschenrechte nach all den Erfahrungen, war klar, so kann das nicht weitergehen. Also auch internationales Recht lebt von dem, von jedes Recht lebt, nämlich diesem elementaren Respekt, der im ersten Satz der allgemeinen Erklärung in der Präambel eben angesprochen ist. Recognition of the inherent dignity. Also Menschen sind seitdem Subjekte auch im internationalen Recht, und zwar rechtlich geschützte Subjekte und damit ist sozusagen wenigstens der Anfang gemacht, hin zu einer Transformation des klassischen Völkerrechts oder des internationalen Rechts hin zu einem Weltbürgerrecht. Ja, da stecken wir irgendwie mittendrin. 1948 der Auftakt. Damals glaubte man, es würde dann einigermaßen zügig weitergehen. Man würde mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eigentlich schon den Blueprint haben, die Voraussetzung haben, für eine internationale rechtliche Kodifizierung der Menschenrechte. Das entpuppte sich dann doch als sehr schwierig, denn mittlerweile hatte der Kalte Krieg nun auch voll eingesetzt und damit auch viele Blockaden, Polarisierungen in der UNO, also es verhackte sich. Man kam gar nicht weiter und irgendwann fiel der Entschluss, statt die eine umfassende Kodifizierung der Menschenrechte auf der Grundlage der allgemeinen Erklärung, vielleicht dann doch das ganze Projekt aufzuteilen in zwei überwölbende Vertragswerke und die sind dann 1966 in Gang gebracht worden, nämlich der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und der internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Es ist unglücklich, dass das, was in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte noch zusammen stand, jetzt auseinandergenommen wird, aber man glaubte damit, schneller und besser voranzukommen. 1966, wir werden demnächst den 50. Geburtstag dieser beiden umfassenden Menschenrechtspakte feiern, die gemeinsam sozusagen die Substanz der allgemeinen Erklärung in verbindliches Völkerrecht transformieren, die sind dann auch ein bisschen schwieriger zu lesen, würden sich nicht so eignen für so ein kleines Heftchen, das wäre dann sicher zwei Zentimeter dick, kriegt man gar nicht mehr auseinander. Ja, 50. Geburtstag, vielleicht aber auch nur der 40. Geburtstag, denn das hat noch zehn Jahre gebraucht, bis diese beiden Pakte dann tatsächlich rechtlich in Kraft treten konnten, weil nämlich Voraussetzung dafür war, dass dann Staaten das auch in ihr internationales Recht bringen, dass sie es ratifizieren und da muss dann der nationale Gesetzgeber ran. Und diese Ratifizierungen, ja, das war auch ein zäher Prozess und die gar nicht besonders anspruchsvoll formulierte Schwelle war dann erst zehn Jahre später erreicht, also streng genommen könnte man sagen, erst seit 1976, vor 40 Jahren, erst seit 1976 haben wir Menschenrechte als international verbindliche, rechtsverbindliche Vorgabe in der internationalen Politik. Also wir stecken sozusagen da immer noch in einem historisch gesehen relativ frühen Stadium der Internationalisierung oder der Verrechtlichung dieser universalen Menschenrechte. Ja, diese beiden Pakte von 1966 oder wenn man so will in Kraft getreten 1976 sind mittlerweile, das ist die gute Nachricht, von beinahe 90 Prozent der Staaten ratifiziert worden und typischerweise haben die Staaten beide ratifiziert, sonst wäre die Zahl von beinahe 90 Prozent ja auch nicht zustande gekommen, das ist schlichte Mathematik. Das heißt also, die Befürchtung, die Welt würde sie sozusagen aufspalten in Staaten, die den einen nehmen und den anderen liegen lassen oder den anderen Pakt für sich nehmen, diese Befürchtung ist Grotto-Mosso nicht eingetreten, sodass man mit gutem Recht spricht von den Zwillingspakten und wenn man sagt Zwillinge, heißt es, die haben eine gemeinsame Geburt, ja, das heißt, man kann sie tatsächlich auch gemeinsam auf das Mutterdokument, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte wiederum zurückbeziehen, also die Substanz dessen zwar in zwei Vertragswerken ausdifferenziert, aber doch immer mehr auch in der Folgezeit dann wieder als integral verstanden gegen alle Tendenzen einer hierarchischen Abstufung. Das eine sind die Waren, das andere sind die nicht so wichtigen Menschenrechte. Damit wird das Gesamt der Menschenrechte beschädigt werden. In den letzten Jahrzehnten sind dann andere Menschenrechtsverträge hinzugekommen und wiederum sehe ich es nicht als meine Aufgabe, sie jetzt mit allerlei Kürzeln und Hausnummern und Zahlen zu traktieren. Ich nenne nur exemplarisch ein paar, also etwa die Konvention gegen Rassendiskriminierung, streng genommen ist sie sogar ein kleines bisschen älter als die beiden gerade genannten, dann die Konvention gegen Diskriminierung der Frau, Antifolterkonvention, Kinderrechtskonvention und vor nicht einmal zehn Jahre, noch relativ jung, die Behindertenrechtskonvention. Wir haben ja eben auch den Begriff Inklusion schon gehört, der zwar nicht durch diese Konvention erfunden worden ist, da gibt es schon ein bisschen länger, aber dadurch eine besondere Schubkraft bekommen hat. Er ist durch diese Behindertenrechtskonvention von 2006 eigentlich dann erst als Menschenrechtsbegriff dann doch etabliert worden, als Leitbegriff und also in die Menschenrechtsdebatte auch über das Thema Behinderung hinaus besonders wichtig geworden. Wie steht es um die Wirksamkeit der Menschenrechte? Bringt das Ganze was? Ich bin skeptisch eingestiegen und für Skepsis ist Anlass. Also niemand kann auch nur halbwegs zufrieden sein mit dem, was die Menschenrechtskonventionen auf UN-Ebene in der Praxis bewirken. Und da erlebt man nach wie vor also viel Doppelbödigkeit, viel Heuchelei. Ich finde Heuchelei aber ein interessantes Phänomen und vielleicht auch einen gar nicht schlechten Einstieg. Also vielleicht erinnern Sie sich die Älteren an ein deutsches Sprichwort, das habe ich allerdings außer aus meinem eigenen Mund in diesem Jahrhundert noch nie gehört. Ich zitiere es manchmal, nämlich die Heuchelei ist das Kompliment, das das Laster der Tugend macht. Klingt altmodisch, Laster und Tugend, auch nicht so ganz mein Sprachgebrauch, aber das heißt also, Heuchelei steht für das Bedürfnis, irgendwo eine Fassade aufzubauen, was jedenfalls rhetorisch zuzugestehen, was möglicherweise nicht ganz echt ist. Aber es kann manchmal sein, dass so ein hinter den Fassaden sich trotzdem was entwickelt, weiß man nie so genau. Und der ein bisschen ironische Approach der Menschenrechtsbewegung von Anfang an, das kann man wirklich bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen, war, entsprechende Fassaden immer einigermaßen ernst zu nehmen. Oder ich sage es mal anders, rhetorische Commitments von Staaten ernster zu nehmen, als sie möglicherweise gemeint waren. Man weiß es ja nie ganz sicher. Da kann manches auch nachwachsen sozusagen. Man kann sich an das gewöhnen, was man immer im Munde führt und das kann ein positiver, das kann auch ein negativer Gewöhnungsprozess sein, möglicherweise merkt man gar nicht mehr, was man da sagt, aber es können sozusagen auch manchmal Überzeugungen nachwachsen, vor allem, wenn Hilfestellung geleistet wird. Und also die Menschenrechtsbewegung hat sich immer verstanden als Hilfestellung dahin, dass solche rhetorischen Commitments, die wie immer motiviert sein mögen, dann etwas ernster genommen wird. Also es geht darum, Staaten auch in ihre Rhetorik, in ihre eigenen Versprechen hineinzuverstricken. Dafür muss man ihnen sozusagen eben manchmal etwas robust Hilfestellung leisten, sie mit ihren eigenen Versprechen konfrontieren und da ist es übrigens dann durchaus interessant, wenn die Versprechen nicht nur irgendwie anonym in Gestalt von Resolutionen in die Welt kommen, für die kein Staat mit Unterschrift steht, die irgendwie so allgemein verabschiedet werden oder ob es sich um Versprechen handelt, die dann auch nochmal unterfüttert werden von nationalen Parlamenten, die sich dann in Ratifizierungsprozessen damit eingehend beschäftigen müssen. Also das ist dann schon ein großer Unterschied. Deshalb also auch der Rechtsstatus dieser Normen über bloß moralische Postulate hinaus ist ein Element der Institutionalisierung, der Erhärtung von Verbindlichkeiten oder damit jedenfalls potenziell auch ein Schritt zu mehr Effizienz. Hinzu kommt, dass in allen Menschenrechtskonventionen die Staaten nicht nur inhaltliche Verpflichtungen eingehen, sondern auch prozedurale Verpflichtungen eingehen und das ist in der Öffentlichkeit noch wenig bekannt. Also in alle, egal ob das die Kinderrechtskonvention ist oder die Antifolterkonvention oder der Pakt über bürgerliche und politische Rechte, in all diesen Konventionen müssen die Staaten, wenn sie das ratifizieren, sich einem regelmäßigen Monitoring unterziehen. Wiederum habe ich jetzt nicht die Zeit, dieses Monitoring in seinen einzelnen Schritten und in Verfahrensfragen hier aufzublättern. Der Punkt ist aber, das ist sozusagen das Einzige, worauf ich hinweisen will, dass dabei zivilgesellschaftliche Organisationen eine sehr aktive Rolle spielen können. Können eine sehr aktive Rolle spielen. Ein paar Takte muss ich jetzt vielleicht doch sagen, also den Aufschlag machen immer die Staaten selber. Also die UNO könnte das gar nicht leisten, sozusagen erst mal die Situation der einzelnen Staaten zu berichten, die müssen das selber machen. Nun mögen Staaten dann geneigt sein, über die Situation im eigenen Lande sich selber eher positive Zeugnisse auszustellen, deshalb weiß jeder, das darf man nicht at face value nehmen, das ist nur ein Aufschlag. Das wird dann letztlich bewertet von einem jeweils unabhängigen Ausschuss, aber dieser Ausschuss ist frei. anderes Material zur Kenntnis zu nehmen und das ist sozusagen die Einflugsschneise auch für NGOs, für Zivilgesellschaft wie Organisationen, die Staatenberichte zu ergänzen, durch das, was man manchmal ein bisschen romantisch nennt, Schattenberichte. Und möglicherweise Artikel für Artikel, der Staat sagt Artikel 1, prima, Artikel 2, prima, Artikel 3 sind wir dran und dann Schattenberichte sagen, ist alles ein bisschen anders, sehen wir etwas kritischer. Da fehlt jede statistische Grundlage, die Aussage können wir nicht nachvollziehen, dass man es wirklich so parallel lesen kann. Und solche Schattenberichte können ziemlich direkt durchschlagen, dann auch in UN-Empfehlungen, die an die Staaten zurückgehen, wo den Staaten Hausaufgaben gemacht werden. Da will ich nochmal drei Beispiele nennen, wo Deutschland einigermaßen überrascht war. Also Deutschland steht ja in Menschenrechtsfragen nicht schlecht da, aber auch Deutschland erlebt manchmal Überraschungen. Also etwa die Frage, wie sieht das aus, deutsche Truppen in Afghanistan, an welchem Menschenrechte sind die deutschen Truppen in Afghanistan eigentlich gebunden? Als Deutschland in der UNO gefragt wurde, wusste die Regierung keine Auskunft zu geben. Als man dann näher nachhakte, stellte sich fest, das Auswärtige Amt hat eine andere Position als das Verteidigungsministerium. Also da mussten dann erstmal Klärungsprozesse auch zwischen den Ressorts stattfinden und Deutschland hatte, das ist ein paar Jahre zurück, genau ein Jahr Zeit, diese Dinge zu klären. Ganz klar ist es aber immer noch nicht, aber immerhin, da sind so ein paar Prozesse dann auf diese Weise angestoßen worden. Zweites Beispiel, das Thema intersexuelle Menschen ist über eine solche Schattenberichterstattung zu einem deutschen Staatenbericht, da geht es um Frauendiskriminierung eigentlich, zum ersten Mal überhaupt vor wenigen Jahren in der UNO gelandet und sozusagen auch von der UNO zu den Akten genommen worden, mit einer auch auf Deutschland hin formulierten Empfehlung. Damit ist das Thema angekommen, wenige Jahre her, 2009, über so eine Schattenberichterstattung zu Deutschland. Drittes Beispiel, Behindertenrechtskonvention, erst vor ein paar Monaten, die erste Zwischenevaluation von Deutschland, Ergebnis, gemischt, viel ist es auf einem guten Wege, aber manche Dinge sind auch gar nicht so richtig anerkannt, dass zum Beispiel Barrierefreiheit nicht nur bedeutet Work in Progress, das können die Staaten so peu a peu, Schritt für Schritt durchführen, sondern es gibt sogar individuelle einklagbare Ansprüche von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsplatz, Umweltanpassungen durchzuführen, sofern die natürlich dann diese Betriebe nicht in den Ruin treiben. Das nennt man Reasonable Accommodation, das Prinzip war noch gar nicht verstanden worden, auch von der deutschen Regierung offenbar, ist einer der innovativsten Elemente. Ich will nur sagen, also auch da gibt es Überraschungen in Deutschland und ich wollte nur Beispiele, klitzekleinen Tupfer setzen, die deutlich machen, diese Verfahren können was bringen, können was anstoßen und es lohnt sich an diesen Verfahren mitzuwirken, also es gibt enorme Mitwirkungsmöglichkeiten und auch Einflussmöglichkeiten für zivilgesellschaftliche Organisationen, die sind größer als etwa beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte oder bei anderen Mechanismen. Also die UNO ist ja insgesamt nicht besonders effizient, aber was diese Punkte angeht, ist sie jedenfalls doch einigermaßen offen und transparent. Ich komme jetzt zum Schluss, ich bin skeptisch eingestiegen, möchte eben doch ein bisschen optimistischer enden, nicht um die Skepsis zu widerlegen, die am Anfang anklagt, aber um sie zumindest zu ergänzen. Es gibt bei den internationalen Menschenrechten, also im globalen Menschenrechtsschutz, auch echte Erfolgsmodelle. Etwa Aufbau von Präventivstrukturen, ein Beispiel wäre Folterprävention, also präventive Bekämpfung der Folter, nicht nur Ächtung der Folter muss nach wie vor sein, durch unangemeldete Prüfverfahren, die aber dann vor Ort entwickelt werden müssten bei internationaler Supervision, ist in der öffentlichen Diskussion wenig präsent, aber es sind tatsächliche Erfolgsmodelle, also man kann auch zeigen, wie manche Dinge funktionieren. Ein Erfolgsmodell ist die Verklammerung des Institutionenaufbaus auf unterschiedlichen Ebenen, globale Ebene und nationale Ebene. Dazwischen gibt es noch eine andere Ebene, die lasse ich jetzt weg. Nationale Ebene, also die direkte Verklammerung, wir brauchen menschenrechtliche Institutionen auf vielen Ebenen, besonders wichtig sind die auf der nationalen Ebene oder sogar auf der lokalen Ebene, hier Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg. Also vor Ort Institutionen aufbauen, aber dann sozusagen rückkoppeln an ein Stück internationale Supervision, was auch Möglichkeiten kreativer Vergleiche mit sich bringt, was auch bedeutet, die Rahmenstandards werden auf diese Weise noch einmal gestärkt. In dem Kontext hat die UNO auch sehr gefördert, den Aufbau nationaler Menschenrechtsinstitutionen und damit gebe ich nämlich das Stichwort an den nächsten Redner, ans Deutsche Institut für Menschenrechte, Jan Arendt, das Institut, mit dem mich selber auch ein bisschen biografisch was verbindet. Nationale Menschenrechtsinstitutionen sind ein bisschen, nicht ohne Monopolstrukturen, ein Glied zwischen dem Institutionenaufbau auf der globalen Ebene und eben den Debatten und den Institutionen auf der nationalen Ebene und deshalb haben sie eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Aber, das ist jetzt mein allerletztes Wort, ohne Zivilgesellschaft geht gar nichts. Das gilt auf nationaler Ebene, das gilt auf regionaler Ebene, das gilt auf UN-Ebene. Ohne zivilgesellschaftliche Beteiligung, also ohne die vielen Organisationen, die sich zu Menschenrechten verhalten, zu Menschenrechten bekennen, werden all die Institutionen, die wir aufbauen, nichts anderes als leere Hülsen. Wir brauchen breite Ownership, breite Mitwirkung, breites Interesse in diesem Sinne. Dank an Sie alle und viel Glück für Ihre weitere Arbeit. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020